servus leute und herzlich willkommen in einem brandneuen video der mission money wir sind heute back mit einem alten bekannten er war schon oft bei der mission money zu gast heute endlich wieder live haben wir uns jetzt hier in münchen getroffen freut mich sehr der bekannteste deutschsprachige experte für krypto und blockchain servus julian hosp mario freue mich zwei jahre jetzt nicht mehr in deutschland gewesen der wahnsinn ja du bist ja in singapur auch gut aufgehoben muss man sagen letztes jahr haben wir auch ein paar interviews gemacht ich glaube das ist jetzt schon länger her als der bitcoin mal völlig out warst du damals gesagt ich glaube so eineinhalb jahre wahrscheinlich müssten es jetzt sein dass du damals gesagt der bitcoin ist besser als aktien haben alle gesagt und damals danach ging es wieder richtig los und dann hatten wir alle ständig diese 100.000 letztes jahr im kopf auch mitte des jahres und dann im oktober september sah es gut aus und dann hat es doch nicht geklappt warum ist das mit den 100.000 dann doch krachend gescheitert ich habe im september letzten jahres habe ich ein video gemacht wo ich so ein bisschen die vorschau für das vierte quartal ein bisschen gegeben habe und zu dem zeitpunkt war hat sich bitcoin gerade wieder so nach dieser sommerpause so ein bisschen erholt bitcoin war eigentlich so auf einem ähnlichen level wie jetzt gerade so zwischen 40 und 50.000 und meine vorhersage damals war wenn wir im oktober irrational einen viel zu starken antrieb sehen dann verschießen wir das ganze pulver und wir tun uns dann total schwer im november dezember das ein bisschen aufzuholen und es ist eigentlich genau das eingetreten und das war auch dann der grund warum ich dann auch vor allem im oktober sehr bearish geworden also bearish aber ich bin neutral geworden sagen wir so und das war auch ich habe dann auch auf youtube das ganz klar genau erklärt dass ich jetzt bitcoin zum beispiel verkauf das war zum ersten mal in diesem ganzen run dass ich bitcoin gegen euro verkauft habe und das war nicht weil ich jetzt geglaubt habe es kommt ein rücksetzer sondern ich habe eher geglaubt wir tun schwer weiter rauf zu gehen und für mich war das einfach der bitcoin futures etf hat wenig substanz hat eigentlich wenig wenig mehrwert als cash gesettelt das heißt es ist nicht wirklich ein unglaublicher mehrwert für das ökosystem man muss sich immer am ende das eine sache also eine frage stellen der bitcoin wert muss rauf gehen denn ansonsten wenn der preis rauf geht dann haben wir sind wir überbewertet das ist ganz normal das heißt die frage ist durch was geht der bitcoin wert rauf und es geht eigentlich durch drei dinge entweder weil der nutzen größer wird ich weiß nicht ob jetzt im oktober irgendwie das ganze die ganze welt sich so geändert hat dass du gesagt es ist total toll dass jetzt irgendwie ein dezentrales digitales etwas hast oder vielleicht in manchen ländern aber in europa in nordamerika glaube ich nicht dass dieses dezentrale digitale etwas mehr nutzen gehabt hat das sehe ich jetzt nicht irgendwie also meinst du damit irrational dass die leute einfach irgendwelche gekauft haben weil sie jetzt auf weiß ja also weiß ja jetzt genau weil sie spekuliert haben und dann das zweite ist am bitcoin ist jetzt nicht rarer irgendwie geworden und das dritte jetzt kommt der dritte punkt haben plötzlich mehr leute zugang zu bitcoin bekommen und die meisten leute haben gedacht dass durch diesen bitcoin futures etf leute zugang zu bitcoin bekommen die davor das nicht haben aber der punkt ist ja natürlich gibt es den ein oder anderen großen fonds der vielleicht vorher nicht investieren hat können aber wenn man ehrlich ist erstens interessiert es den fonds meistens nicht er will wirklich bitcoin eigentlich den spot bitcoin kaufen und nicht den futures und eigentlich war es sozusagen daher zwar mega halb aber es hat nicht wirklich leute jetzt in das bitcoin ökosystem reingebracht und dadurch war für mich dieser preisanstieg irrational und von dem her war es dann auch vorhersehbar dass die 100.000 unwahrscheinlicher geworden sind und genauso ist es für mich eingetreten und ja also und ich will auch das vielleicht noch mal betonen ich habe zwar damals ziemlich viele piquets verkauft aber nicht weil ich geglaubt habe dass jetzt der preis runter geht sonst hätte ich alles verkauft sondern eher weil ich geglaubt habe okay das war ein bisschen irrational und wir könnten jetzt eher in eine seitwärtsbewegung hineingehen und andere assets könnten besser performen und es ist auch genau so eingetreten und und also das vielleicht ist auch wichtig die letzten drei monate ein bisschen zu reflektieren alternativen wollen wir später darüber sprechen hast du dann andere vielleicht was wir schon bewahrten könnten andere kryptos oder cash oder aktien oder immobilien ich bin immobilien habe ich auch alle verkauft 20 21 ich bin komplett in aktien als großteil in aktien rein und ja und bisher also und ein bisschen cash ja okay also jetzt sozusagen das gegenteil damals hast du gesagt bitcoin besser als aktien jetzt aktien besser als bitcoin ja also ich will das auch immer ein bisschen vielleicht differenzieren ich sehe halt das investment die investment welt so als ich nenne sie mal als kaufkraft casino so beschreibt so geht es in meinem kopf also stell dir vor du gehst in ein casino rein und du hast die kaufkraft die du jetzt hast du musst aber spielen das ist nicht dass du jetzt irgendwie her gehst und sagst weißt du was ich brauche nicht spielen das ist ein aber glaube du musst spielen du musst auf einen dieser tische gehen und du hast theoretisch so viele tische wie deine kreativität erlaubt du hast hier den euro tisch den dollar tisch den schweizer franken tisch du hast tech aktien du hast apple du hast tesla du hast bitcoin kryptos als ganzes du hast im prinzip eine million unterschiedliche tische und ist nicht so wie im casino wo du sagst jetzt bleibe ich auf der seitenhauslinie sondern du musst spielen und die frage ist ja immer auf welchem tisch bewegen sich die wahrscheinlichkeiten gerade in irgendeine richtung und manche sind extrem gute kartenzähler beim dollartisch und ich bin zum beispiel ein guter kartenzähler beim kryptotisch und kann halt die karten relativ gut abschätzen am kryptotisch und wenn ich jetzt merke boah keine ahnung es sind eigentlich schon viele der großen zahlen gefallen und die wahrscheinlichkeiten sind gerade schlechter geworden dann heißt es jetzt nicht dass ich jetzt nicht mehr auf diesem tisch spiele sondern einfach vielleicht der aktientisch vor allem gewisse aktien gerade viele staples zum beispiel also viele dieser absoluten konsumgüter diese firmen die teilweise super cash rich sind also die jetzt vielleicht von einer von höheren zinsen profitieren könnten die auch eine inflation an den konsumenten gut weitergeben können vielleicht sind bei denen gerade irgendwie viele der kleinen zahlen gefallen und viele der großen karten sozusagen sind noch da und haben bessere chance ich will nicht sagen dass jetzt dass ich jetzt irgendwie unbedingt jetzt auf dies wetten würde aber wenn ich dort noch nicht auf dem tisch gespielt habe spiele ich halt zurzeit auf diesem tisch ein bisschen mehr als wie davor also doch einzelaktien jetzt weil sonst warst du eher etf oder genau okay zurzeit wirklich eher fokussiert ich versuche also für mich ist immer wenn ich jetzt hergehe und sage okay ich will einfach mal geld parken dann ich bin jetzt wenig der das jetzt irgendwie in cash oder so parkt ich park das sind sehr breit gestreute etfs also einfach nur parken also es ist so dass ich dann hergehe und sagt wirklich nur geparkt und dann gehe ich schon zurzeit eher in die aktien wo ich merke okay cash rich und können also potenzielle inflation an den konsumenten weitergeben hast du ein beispiel für uns einfach mal so eine klassische konsum nestle oder sowas oder der grund warum ich es nicht machen will ist weil ich wirklich nicht jetzt irgendwie der aktien also ich glaube ich kenne mich gut mit aktien aus aber ich will mich weder als aktien experte etablieren deshalb würde ich eher gerne das konzept lieber weitergeben und jetzt nicht irgendwie okay ne völlig okay aber es sind quasi sei mal einfache unternehmen mit einfachen geschäftsmodellen als wirklich also ich würde vielleicht so beschreiben die aktien die gerade die letzten zehn jahre vielleicht nicht die spannendsten aktien waren weil über die letzten zehn aktien halt eine tesla oder eine apple apple zum beispiel apple ist ein gutes beispiel apple zum beispiel ist eine dieser aktien wo ich dann noch mehr reingegangen bin warum unglaublich viel cash und balance sheet können die inflation mega gut weitergeben ich weiß dass die was drei milliarden dollar jetzt drei billionen drei trillionen billionen also drei billionen dollar markkapitalisierung erreicht haben aber das ist zum beispiel eine der aktien wo ich noch mehr stärker rein bin aber eben diese aktien wo wenn ich mir so die welt durchdenken und sagt was sind die sachen die wirklich die leute nutzen weniger ein bisschen spekulation weniger growth mehr cash am balance sheet und eben die chance inflation an den konsumenten weiterzugeben braucht man eh nur nachdenken was sind die sachen die man wirklich selber nutzt war wo man regelmäßig konsumiert und wo man einfach merkt okay die preise werden dort auch weitergegeben von dem von unternehmen aber jetzt ganz interessant lassen wir zum bitcoin kommen dass du vielleicht auch die zuschauer ein bisschen mitnimmst du hast du hast einiges verkauft jetzt fragen sich viele natürlich dann ist er jetzt vielleicht nicht mehr so überzeugt oder oder vielleicht die einordnung wie du jetzt beim bitcoin vielleicht nicht nur kurzfristig sondern vielleicht auch mittel bis langfristig das ganze siehst ich bin auf jeden fall von bitcoin und von crypto generell überzeugt ich würde aber einfach das ein bisschen relation setzen ich habe unglaublich viel mit crypto über die letzten zwei jahre spezifisch die letzten zwei jahre verdient und das einfach ein unglaublich unproportionelle anstieg im vergleich zum ganzen rest und wiederum ich habe das kaufkraft casino vor mir und ich habe plötzlich auf diesem einen tisch 30x gemacht wo ich auf jedem anderen tisch 50% plus gemacht habe und irgendwann sitzt du halt da und sagst du will ich jetzt wirklich hier mit 30 fachen vermögen irgendwie weiterspielen will ich irgendwie hergehen und vielleicht ein bisschen bars diversifizieren und ich würde es eher als diversifizieren nehmen für jemand der vielleicht jetzt gerade zu diesem zeitpunkt vielleicht wenig am bitcoin und am crypto tisch gespielt hat sollte sich meiner ansicht nach schon überlegen ob vielleicht nicht jetzt gerade wo wir eine unglaubliche seitwärtsbewegung die letzten zwei monate gehabt haben der preis scheint sich relativ stabil zwischen 45 50.000 einzupendeln super unwahrscheinlich nicht unmöglich aber super unwahrscheinlich dass jetzt irgendwie weiter durchrutschen ein crypto winter ist für mich sehr unwahrscheinlich für mich sind eher seitwärts eher seitwärts oder rauf genau und ich denke dass das eine gute ausgangslage ist jemand der vielleicht zu viel am crypto tisch zurzeit hat ja keine ahnung kann auch bei solchen preisen verkaufen aber jemand der wenig an dem tisch bis jetzt gespielt hat ich würde schon mir überlegen ob nicht jetzt gerade ein guter zeitpunkt ist auf diesem tisch ein bisschen mehr exposure zu bekommen aber sehr interessant weil man fragt sich natürlich oft wenn man jetzt darauf schaut inflation ist so hoch wie seit 30 jahren nicht gut kommt jede woche eine neumeldung das ist ja eigentlich wie geschaffen für bitcoin war eigentlich natürlich genau das was immer kreativ kritisiert wird schon seit ewigkeiten am fiat system das sehen wir jetzt und das ist ja gerade bitcoin nicht bitcoin ist ja gerade nicht inflationär ist ja gerade begrenzt das ist ja gerade die idee der ganzen sache und eigentlich jetzt denken sich viele jeder der bitcoin hat müsste jetzt sagen okay kaufe ich im zweifel noch mehr hatte ich recht und dann geht es erst mal runter aber vielleicht ist es genau die überlegung dass vielleicht viele drin sind gerade die schon länger drin sind die viel gewinn gemacht haben die vielleicht dann wie du mal sagen okay wenn ich jetzt mal logisch nachdenken sind vielleicht aktien nicht so schlecht oder auch bestimmte aktien oder was haben die höheren zinsen für eine auswirkung ist das so hört man das aus der szene auch weil manche verstehen das vielleicht nicht dass gerade jetzt wo eigentlich bitcoin ja gerade das perfekte umfeld hätte dass es dann runter geht ich habe das erste video dazu auf meinem kanal vor sechs bis neun monaten glaube ich gemacht wo ich darüber gesprochen habe dass bitcoin nicht also dass inflation relativ relevant für bitcoin ist und der grund man muss sich immer so vorstellen auf ein auf den wert von einem vermögenswert treffen ganz 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 viele faktoren ist ja nicht einer sondern es sind ganz 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 viele und wenn ich jetzt Paradebeispiel gold hernehmen sind wir ganz ehrlich auf den vermögenswert gold trifft recht wenig wirklich zu regulierung steuern produktionsmenge sind alles ziemlich vorhersehbare faktoren sehr gefestigte faktoren die die gold industrie ist relativ gut berechenbar dass das absolut wichtigste bei gold ist die geldmenge also ist inflation und daher ist für gold gerade inflationen sehr wichtiger faktor für viele rohstoffe beim kurzfristig auch immer interessant für kurz rohstoffe kurzfristig faktor inflation wichtig wichtig auch langfristig für rohstoffe ist nicht so sehr die inflation ist eher die produktion ist eher und das ist eigentlich der der rohstoffpreis immer wichtig und und ich glaube bei bitcoin sind einfach viele andere faktoren deutlich wichtiger als wie diese kleine also für bitcoin diese kleinen dieser kleine faktor inflation ja natürlich wir haben in dollar gemessen über die letzten zwei jahre 40 prozent mehr dollar im umlauf als es wirklich relevant für den vermögenswert der extrem emotional ist der keine ahnung ein extrem ist ein extrem boom erlebt der durch regulation extrem beeinflusst ist durch potenzielle steuern durch diskussionen durch durch die diskussionen ist es gedeckt wie sieht es mit satoshi aus wahl adressen wir haben es kurz angesprochen davor das viel wichtiger als wie diese bisschen für bitcoin jetzt geldmengenerweiterung und und das ist glaube ich das muss man einfach verstehen dass dieser faktor natürlich hilfreich ist aber es komplett irrelevant im großen ganzen bild für bitcoin heute wie orientierst du dich dann weil du hast gerade schon schön erklärt du hast ja viele faktoren du hast die wahl du kennst dich jetzt in der szene aus da wird man ja auch irgendwie beeinflusst du hört man von vielen leuten was dann hat man die ganzen verrückten die vielleicht neu reinkommen keine ahnung haben und jetzt sagen okay ich will jetzt über nacht reich werden du hast so viele faktoren charttechnik was weiß ich wie baust du dir dein bild weil man kann ja auch nicht irgendwie alles gleichgewichten das ist ja auch schwierig dann oder also auch selbst wenn ich alle informationen habe also ich glaube etwas was jeder machen kann dafür brauchst du nicht jetzt irgendwie insider informationen ich glaube jeder kann darauf achten wie sind die emotionen im markt das wird relativ gut auch bei bitcoin wird das relativ gut getrackt da gibt es diesen vielen greed index gibt es bei aktien gibt es bei allem der würde gerade vom kauf sprechen ja genau extremer gierke äh angst angst ja das sehe ich auch so weil und jetzt aber das ist gut das muss man immer also lass uns wieder das beispiel geben ich glaube eine aussage die viele meiner ansicht nach schlecht investoren treffen ist wenn die preise runtergehen sollte man nicht verkaufen sondern das ist ein guter zeitpunkt zum kaufen das stimmt überhaupt nicht dass du kannst das überhaupt nicht beurteilen denn es kann ja sein beispiel auto du hast ein keine ahnung super geiles neues auto plötzlich siehst du dass das ist um 50 prozent günstiger angeboten heißt das jetzt ist ein absoluter kauf ist nein kann sein dass ein auto einen fehler hat kann sein dass ein schaden drauf ist kann sein dass das heißt du kannst vom preis das ist nur eine seite das heißt es ist total wichtig zum entscheiden dass du sagst okay nur weil jetzt runter geht heißt es nicht dass das irrational ist und kann sein dass rational ist aber gleichzeitig gehst du halt her und sagst okay jetzt der preis runter gegangen was hat sich denn fundamental geändert keine ahnung hat jetzt irgendwie ein staat gesagt bitcoin ist verboten wichtiger staat hat jetzt irgendwie keine ahnung gibt es irgendwie neue gerüchte dass irgendwie besteuerung und all diese sachen gibt es nicht also von dem her muss man schon eines sagen der eigentlich ist eine seitwärts bewegung seit sommer bis heute lass mal den bitcoin futures hype weg diese seitwärts bewegung und das macht auch total sinn denn wir hatten einen unglaublichen anstieg vom letzten jahr auf das heurige jahr also von dem her ist ja nicht so schlimm dass wir jetzt mal praktisch eine sechs monate konsolidierung eigentlich haben eigentlich voll gesund wenn man jetzt ehrlich ist ich glaube die leute sehen nur das rauf runter und ich schaue mir das überhaupt nicht an ich gehe her und sage ok oktober es ist ein hype für mich ohne irgendwie dass substanz reingekommen ist und jetzt wieder aufgelöst und zurzeit sind wir wahrscheinlich eher auf dem punkt wo wir sagen wenig downside mögliche upside und wenn wir jetzt auf 2022 vielleicht schauen ich meine ein wichtiger punkt natürlich es ist immer die gesamte wirtschaft glaube ich für bitcoin ich glaube zum beispiel ein spannender punkt den ich mir zurzeit überlegen würde ist inflation 2022 für bitcoin bullish oder bearish und ich würde wahrscheinlich sogar sagen dass eine starke weitere inflation für bitcoin bearish ist weil die leute eher mehr angst auf das gesamte ökosystem haben und bitcoin bisher schon eher ein risk on asset ist also ein asset wenn ich jetzt eher rendite haben will ich will jetzt eher ein bisschen yolo ein bisschen mehr gas geben und da ist bitcoin schon eher das und ich würde wahrscheinlich sogar sagen viele der großen wale zumindest leute auch mit denen ich so ein bisschen spreche die ja wirklich viel viel kapital haben die gehen eher her und sagen wenn wir jetzt weiterhin so hohe inflationszahlen sehen würden die sogar eher aus bitcoin noch weiter raus gehen weil sie einfach glauben dass das ganze ökosystem ein bisschen maroder wird nicht der skripte sondern das gesamte und sie da ein bisschen weniger risiko reingehen also das ist wahrscheinlich eher sogar ein bisschen bearish dieses jahr muss man sich überlegen aber auf der anderen seite und jetzt kommt eigentlich ja genau und das ich glaube da habe ich eine andere meinung dass wahrscheinlich viele der vielleicht eher kleineren investoren oder leute die halt sonst immer auf diese krypto influenza hören die immer sagen inflation ist gut für bitcoin weil bitcoin ist dieses digitale gold stimme ich zu aber ganz andere faktoren als wie physisches gold und im gegenzug dazu steht sicher der bitcoin spot etf der für mich wahrscheinlich unter 50 prozent wahrscheinlichkeit hat aber vielleicht jetzt nicht ganz knapp und also wirklich sehr sehr knapp und es hängt für mich schon davon ab ein bisschen lässt sich die sec ein bisschen erweichen dass hier mehr chancen noch reinkommen aber das ist das sicher ist der und in der community glaube ich ist eben klar ist sicher so dass das wichtige shiny object für bitcoin dieses jahr aber sehr interessant ist ein bisschen wie bei aktien das natürlich immer geschrieben wird gerade in der presse steht dann inflation ist hoch bitcoin jetzt gut aktien gut natürlich gibt es viele aktien die bei inflation vielleicht gut sind aber sehr viele die bei inflation natürlich auch schlecht sind also gerade dieses kurzfristige bild dann wird oft verzerrt was auch gerne in der presse steht ist ja diese these habe ich zuletzt auch sehr oft gelesen nach dem motto ja bitcoin immer kommt immer mehr mainstream an und dann gibt es noch den etf und die banken finden sich jetzt auch nicht mehr so schlimm nach dem motto deswegen muss der preis steigen ist auch ein bisschen zu einfach oder naja also warum soll der preis steigen nur weil jetzt banken kommen also der preis steigt ganz simpel weil entweder weniger angebot da ist oder nachfrage es ist super simpel also man kann es eher relativ leicht unterbrechen okay jetzt kommt eine bank rein oder etf rein am ende muss man sich die frage stellen warum wird jetzt entweder das angebot geringer oder die nachfrage mehr und ich weiß nicht ob jetzt wirklich in deutschland wenn wir jetzt auf deutschlands beziehen ob da wirklich jemand jetzt her geht und sagt oh ja also die erste sparkasse die ist jetzt dabei oder die erste bank oder keine ahnung was weiß was jetzt gehe ich zu denen kauf bei denen bitcoin davor habe ich es nicht gemacht ich weiß nicht kann schon sein dass es leute gibt ich weiß nur nicht ob das tatsächlich der hauptfaktor ist bringt es ein besseres branding für bitcoin bringt es mehr vertrauen natürlich aber am ende ist wirklich die frage ob jetzt dadurch tatsächlich mehr nachfrage oder weniger angebote entsteht und ich glaube es nicht bei dem spot etf glaube ich das schon denn da ist nun zum ersten mal für mich wahrscheinlich die allerletzte finanzielle teil nämlich die großen fonds in amerika vor allem und das darf man nicht vergessen die usa hat immer noch das meiste kapital und diese großen fonds haben dann zum ersten mal die chance auch nur eine kleine exposure in bitcoin reinzubringen die hatten das bis jetzt nicht und das ist glaube ich ein wichtiger punkt der 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 spot etf und das ist auch ganz wichtig in amerika genau reguliert in welche und muss man auch verstehen in welche geschenks pakete in welche verpackungen darf ein fonds investieren und in etfs dürfen viele leute investieren oder viele fonds und das ist halt ein wichtiger neuer nachfrage punkt und das ist aber wichtig zum verstehen weil ich glaube oft dass die leute sagen so jetzt ist die erste bank oder die sparkasse jetzt geht bitcoin rauf ja warum also warum soll es raufgehen weil jetzt auch der punkt wenn es rauf geht es gibt eigentlich keinen fundamentalen grund genau gleich über futures etf dann würde ich eher ein bisschen bärischer werden weil ich denke ich verstehe gar nicht warum jetzt der wert irgendwie rauf gegangen ist das einfach jetzt nur halb aber der gleicht sich wieder aus und das wäre wahrscheinlich ein wichtiger gedankenpunkt also ich habe jetzt schon raus gehört auch vorher du siehst den bitcoin jetzt eher fair bewertet das gesagt jetzt das runter kracht unwahrscheinlich das heißt du siehst jetzt keine massive überbewertung aber du siehst jetzt auch keine massive unterbewertung oder was müsste denn es passieren dass es jetzt mal richtig abgeht also da bräuchte wahrscheinlich eine überraschung oder also wahrscheinlich zwei dinge erstens ein bitcoin spot etf ich wie gesagt wahrscheinlichkeit würde ich jetzt dieses jahr auf leicht unter 50 prozent setzen ich würde es nicht über 50 prozent unter 50 prozent einfach und der grund ich sehe immer noch viel zu viele incentives für oder also vorteile für new york vor allem wenn der bitcoin spot etf nicht kommt und dadurch wird immer ein gegenwind sein zum beispiel ach dass banken einfach immer noch ein großes interesse haben dass der us dollar massiv unter druck steht und das natürlich hier die sec schon auch extra vorsichtig ist die wird schon genug druck bekommen dass das hier nicht irgendwie mehr glaubwürdigkeit dem bitcoin gegeben wird ich glaube dass da einfach also nicht jetzt ich würde es nicht sagen dass das jetzt null prozent wahrscheinlichkeit aber ich glaube immer noch eher nicht als schon das gegenteil ist eigentlich genau das was über die letzten zwei jahre gesehen haben nämlich auch wenn wir praktisch eine pandemie gehabt haben dass trotzdem extrem ein interessantes investment umfeld geschaffen wurde weil eben so eine lockere tasche bei der vor allem bei der fed aber auch bei der ecb gewesen sind eigentlich alle zentralbanken und hier müsste und das ist wahrscheinlich ein punkt den ich mir auch generell durchdenken würde als generell investor im großen kaufkraft casino war es passiert wenn wir wissen noch nicht ob es tatsächlich passiert aber war es passiert wenn die fed mal anfängt und signalisiert die leute tapering drei zinsanstiege 20 22 einfach nur ein bisschen überlegen und wenn das doch irgendwie kommt dass jetzt die zentralbank nur signalisiert der markt reagiert und zurzeit reagiert er definitiv man merkt tech aktien fangen an ein bisschen anders zu performen die titel die sonst extrem stark waren die letzten eineinhalb jahre ein bisschen schwächer crypto genau das gleiche plötzlich sagt jetzt die fed oder sonst rein das signalisieren hat gereicht genau gleich wie merkel 2008 oder was gesagt hat eure 100.000 euro einlagen sind gedeckt und allein das zu sagen hat hat gereicht vielleicht ist es genau das gleiche und jetzt kommt plötzlich dass die fed dann sagt wir brauchen gar nichts in diese erhöhungen machen und dann plötzlich kommt wieder vertrauen rein ich denke schon dass das ein ein mögliches szenario ist und ansonsten also ja ich verstehe schon dass die crypto fans natürlich immer sagen werden ja crypto ist sowieso alles ist ja wie eine religion und das ist eh das einzige und 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 alles andere wird nicht wert sein ich glaube immer noch dass das bitcoin wahrscheinlich viele viele aktien outperformen wird und aus dem simplen grund weil immer noch ein misspricing da ist aber ich würde jetzt überraschen wenn zum beispiel irgendwie 20 22 mit jahresende irgendwie ein stärkeres jahr wird als wie 20 21 und viele leute jammern schon über 20 21 weil es nur 70 prozent waren ich würde mir zurzeit nicht wirklich mehr erwarten als wie was jetzt irgendwie 20 21 bereits erlebt haben das heißt nicht dass ich mich gerne positiv überraschen lassen aber meine erwartungshaltung für 20 22 sicher niedriger als wie was wir 20 21 gesehen haben das szenario mit den zinssäuregungen sehe ich ziemlich ähnlich ich glaube auch dass das ja eher das überraschungspotenzial dann positiv hat denn die drei zinssäuregungen sind ja quasi schon eingepreist erwartet jeder dass es jetzt mehr wird kann natürlich passieren aber ja da bräuchte jetzt ja schon einiges da glaube ich sind wir uns auf jeden fall schon mal einig bist du dir eigentlich mit herrn taleb ich glaube er nicht der sagt ja bitcoin null der hat das sehr schön vorgerechnet so ein paper ich glaube 6 18 seiten ja ja relativ kurz eigentlich weil ich bin eigentlich relativ kurz es ist auch relativ kompliziert also das ja das sei mal bis ins letzte zeichen alles zu verstehen ist durchaus sportlich aber ist jetzt auch wurscht ob man das versteht oder nicht du hast es verstanden und du sagst ja ja ich glaube zumindest und du hältst auf jeden fall dagegen ja also ich verstehe für mich und ich werde dafür vielleicht zu recht vielleicht zu unrecht von vielen der bitcoin fans kritisiert denn viele bitcoin maximalisten viele bitcoin fans die sehen das meiner ansicht nach alles ein bisschen viele der bitcoin fans und maximalisten kommen eher aus dem goldbereich und für mich ist der goldbereich sehr ähnlich charakterisiert und ich verstehe und vielleicht bitcoin hat nochmal eine größere also hat stärken aber hat eine schwäche gegenüber gold nämlich gold hat physische eigenschaften und die sind soweit wir heute mit in der physik wissen nicht reproduzierbar also jeder der glaubt die sind reproduzierbar also gegen die physik zu wetten ist sehr gefährlicher punkt oder bei bitcoin muss man einfach eindeutig sagen das technische setup die all die technischen konzepte es ist ein konzept es ist ein ideologisches konstrukt und nichts an dem ist rar nichts ich kann heute ich kann ich kann genauso morgen nachher gehen der heißt ja nicht satoshi nakamoto das heißt irgendwie anders und kreiert genauso 21 millionen also einen algorithmus genau die gleichen modelle alles gleiche der unterschied ist einfach nur dass dieses konzept oder diese sprache ich bezeichne mir gerne sprache die sprache bitcoin hat heute von den meisten leuten gesprochen wird im vergleich zu anderen kryptosprachen und es ist auch die marke einfach und ist die marke genau und wenn du heute und ich habe dieses beispiel schon mal in einem youtube-video gegeben wenn du heute ein kind hast und das kind sagt zu dir ich würde gerne eine fremdsprache lernen ich kann deutsch bin ich spreche deutsch muttersprache ich würde eine fremdsprache lernen ich sagte eins wahrscheinlich der großteil aller menschen würde sagen englisch warum ganz einfach weil es die meisten leute sprechen aber wir sind uns auch alle einig vielleicht die nächsten 20 jahre ist nicht mehr englisch das wichtigste vielleicht ist es chinesisch vielleicht das sind wir uns alle einig und genau das gleiche ist ja auch und ich glaube dass das ein wichtiger punkt ist der einfach hier zum verstehen ist es ist eine ganz andere risiko chancen bewertung als wir jetzt wieder bei gold haben für mich ist die wahrscheinlichkeit dass wir ein neues gold in 20 jahren haben ganz ehrlich das würde ich auf 0,000 prozent irgendwie setzen bei bitcoin sehe ich es auch unwahrscheinlich aber die prozente gehen für mich deutlich weiter rauf aber im gegenzug will ich auch deutlich mehr rendite haben und das habe ich bei bitcoin ich habe bei gold über die letzten zehn jahre eigentlich fast eine negativrendite gehabt gegen die geldmenge sowieso bei bitcoin eigentlich eine unglaublich positive und das ist für mich eine eine wichtiger punkt und ich wo ich halt zum beispiel einem tal über überhaupt nicht zustimmen ist dass er dann sofort her geht und sagt all den ganzen sachen ist bitcoin wertlos das stimmt nicht das ist absoluter blödsinn es ist nicht wertlos es hat auf jeden fall einen wert wir können darüber diskutieren wie hoch der ist und und welche faktoren dort reingehen die spannende frage ist ja überhaupt kann man den wert ausrechnen weil ich meine wie willst du zum beispiel jetzt was ist jetzt ein gemäldewert ein bisschen farbe ein bisschen ist jetzt mal ganz blöd gesagt auch nichts wert aber du kannst natürlich ist es was wert also schon also das ist ist die frage überhaupt sinnvoll also es ist im endeffekt ja das wert bei angebot und nachfrage was die leute für zahlen aber ist es überhaupt sinnvoll quasi darüber zu diskutieren ob jetzt 0 euro 10 euro 10 millionen ist das überhaupt sinnvoll aus deiner sicht und das ist eigentlich für eigentlich das gesamte thema ich finde zum beispiel ein ich finde von nassim talib habe ich unglaublich viel aus seinen büchern gelernt ich finde die unglaublich gut ich finde die fantastisch und für mich und das ist einfach so ein bisschen und manchmal verfalle ich auch so in das ich merke gewisse irrationale religiöse sektenhaftige züge in der bitcoin community sieht man in allen communities oder die bitcoin community größte und die ärgern mich auch extrem und die ärgern mich einfach so dass ich mich dann auch von dieser community klar distanzieren will denn ich finde das ist alles andere als wie das wofür ich eigentlich schon sonst stehe und ich glaube dass das bei einem nassim talib so krass geworden ist weil einfach manche leute ihn so getriggert haben dass er hier auf diesen und jetzt wiederum irrationalen religiösen sektenhaften zug gegen bitcoin geht und es ist genauso schlecht oder und ich glaube dass das und davor war ja wirklich die ganz andere seite also wenn man ihn vor drei jahren sich anschaut bitcoin standard das vorwort dazu geschrieben also eigentlich voll krass und jetzt wechselt er und ist es für mich ist eigentlich das das beispiel dass weder die bitcoin maximalisten recht haben noch wird er recht haben sondern die wahrheit liegt voll dazwischen und ich glaube genauso also dass diese bewertung und diese auszurechnen ist für mich genauso irrational und er ist hier für mich eher auf so einem kriegszug gegen bitcoin im vergleich zu den ganzen sektenhaftigen zügen von den bitcoin maximalisten für bitcoin und deswegen ich finde beides also sinnlos ich finde beides nicht gut muss aber eines sagen nichts ist profitabler als in solche sekten zu investieren in dem fall zu bitcoin weil du hast diese leute die einfach komplett bis ans ende praktisch für ihren glauben sterben also kämpfen und und aus dem grund ich habe das ja auch oft immer in den videos gesagt auch wenn ich nie ein ein so ein sektenartiger anhänger von einer krypto werden wäre ich verstehe genau in was es sinn macht rein zu investieren umso sektenhaftiger es eigentlich ist umso besser weil umso unwahrscheinlicher wechseln diese leute die sprache wechseln die den glauben das ist ja genau das was du willst als investor oder mein ziel ist ja nicht mit einem investment nicht zu verlieben mein ziel ist nicht mit der kaufkraft zu verlieben und das ist ein wichtiges verständnis für jeden guten investor gute investoren also du hast gewisse moralische ethische grundzüge es gibt leute die haben kein problem in tabakfirmen zu investieren hoch profitabel übrigens also kann will ich vielleicht nicht investiert in das ist aus moralisch ethischen gründen ich habe echt ein problem damit ich verstehe jeden der hergegen und sagt hey philip morris hey fantastisch also mega geiles investment super geile dividenden die leute waren total abhängig neue neue attraktive produkte wirklich also echt also unglaublich gutes investment finanziell hätte ich ein problem aber wenn ich das problem nicht hätte das wäre wahrscheinlich das erste investment was ich machen würde und ich kenne leute die sagen sie investieren nicht in facebook aus genau den gleichen gründen das problem hätte ich jetzt weniger ich halte kein facebook aber da hätte ich jetzt nicht das problem und wenn ich diese sache mal weglässt dann sollte als guter investor mit allen anderen verfügbaren mitteln das ziel sein die kaufkraft zu erhöhen das ist und nicht mit einem spezifischen investment sondern mit der kaufkraft und wie gesagt und ich habe mich immer als als ich vor zwölf jahren das ganze wirklich mich reingefuchst habe als investor gesehen nicht als als crypto investor ich habe einfach vor acht jahren gemerkt kryptos sind extrem misspriced und haben für mich als investor die größte chance meine kaufkraft zu erhöhen und das haben sie auch getan und ich glaube auch dass über die nächsten fünf jahre das weiter so passieren wird was du sehr schön gerade beschrieben was ist dieses eigentlich klassiker für binäres denken also quasi 1 0 also entweder sehen wir also auch in den kommentaren so 100 prozent bitcoin oder halt die anderen die sagen ja bitcoin ist wertlos ja gut wahrscheinlich ist die wahrheit ein spannendes beispiel was ich auch da geben kann ich kenne einfach viele große investoren milliardäre die sich nicht trauen die sonst wirklich sich trauen jede firma zu shorten die trauen sich eine firma nicht zu shorten das tesla und der grund ist weil die sagen es gibt wen es gibt keine firma mit mehr sekten haftigen anhängern und ganz ehrlich das ist ja fantastisch wenn du es eigentlich als investor siehst die leute die verteidigen die machen alles und deshalb als investor ist es ja fantastisch das willst du eigentlich oder und ich glaube auch dass deshalb sich viele wenige leute nur trauen bitcoin langfristig zu shorten wenn wir sagen es gibt einfach immer leute da kannst du alles machen sie werden nicht aus dem westen raus gehen und eigentlich als investor ist ja das ein interessanter punkt und das sollte man sich immer ein bisschen vor augen führen es wäre interessant wie viele bitcoin investoren quasi diese es gibt wahrscheinlich schon so ganz grobe schätzungen dazu oder ich glaube schon dass die maximalisten eher eine kleinere gruppe sind also wahrscheinlich sind es ein paar prozent von den von den gesamten schon also klein sind sie 50 prozent aber so fünf prozent ja schon und das ist natürlich eine laute meinung und die pushen natürlich und und was natürlich auch ist wenn jetzt natürlich irgendwo ein und ist ja oft so also bewegungen kommen ja immer von einer lauten minderheit ist ja selten dass irgendwie die stille mehrheit die bewegung initiiert oder die ist ja auch wichtig also wenn jetzt da irgendwie irgendwas negativ über bitcoin geschrieben ist ist ja nicht die 95 prozent die teilweise echt viel kapital haben dass die jetzt her gehen auf twitter gehen und und die und die und die journalisten hier wirklich ja ja wirklich boykottieren oder maltrittieren und so weiter sondern oder in die youtube videos reinfahren sondern es sind ja diese kleinen wenigen prozent und klar die sind diese laute minderheit diese unglaublich wichtig auf das auf das große ganz wenn das investor sollte man sich das meiner sicht nach schon genau überlegen es ist super interessant was du sagst also auch mal interessant darüber nachzudenken da gibt es ja dieses interessante beispiel von für kognitive dissonanz also die gab es wirklich in den 50er jahren also in den usa so eine sekte die quasi an weltuntergang geglaubt haben und an dem tag kam er halt da nicht an dem er kommen sollte die haben dann aber nicht gesagt okay lagen wir falsch sondern die haben dann erst recht daran geglaubt und also genau also das ist wirklich interessant weil viele vielleicht glauben das ist glaube ich der denkfehler von vielleicht von talib und co nach dem motto ist nichts wert und irgendwann wird es schon auch der letzte noch einsehen aber wie du richtig sagst die frage ist ja immer ob das im zweifel noch mehr werden die quasi dann egal was da passiert dann muss man muss man sich auch weiterdenken es ist spannend ist ja zum beispiel dass die die bitcoin gegner so über bitcoin rennen und die bitcoin fans reden aber genauso über alle anderen coins und das geht und die und ethereum fans reden genauso über jede andere smart contract plattform und jede andere smart contract plattform redet so über andere smart contract plattformen und alle kryptos die irgendwie eine utility haben nutzen haben reden so über die ganzen meme coins reden so über doge und schieber und und alle reden so über die nfts und und so weiter also die vergessen eigentlich dass das wofür sie da stehen dass die gleichen konzepte für das nächste ding genauso verstehen würden und das ist eigentlich auch immer ich finde halt ganz 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 wichtig und ein ein glaube ich ganz spannender punkt ist halt und deshalb merkt man wahrscheinlich gerade die letzten ein jahr und wahrscheinlich auch zurzeit es ist wirklich sehr schwer als investor auf diesen rationalen ideen zurzeit zu investieren vor allem zu viel kapital also wenn so viel kapital rum ist man muss echt ein bisschen verstehen was sind diese glaubensstrukturen was sind so neue glaubenszüge wenn ja von dem jahr genau gesehen mit wall street bets und so weiter wo einfach leute für mich sehr irrational einfach ein investment in bewertungen gehypt haben und ganze fonds ausgelöscht haben das ist immer was möglich ist natürlich und man darf nicht vergessen das ist jetzt nicht eine eintagsfliege das ist ja das wird ja immer wichtiger und also das würde ich schon einfach generell ein bisschen weiter geben und noch mal wert liegt immer im auge des betrachtest es gibt keinen inhärenten wert nichts nichts hat inhärent wert entsteht durch nutzen anzahl der leute und rarität von diesem ding aus diesen drei dingen der wert und das kommt und geht wasser kann unglaublich wertvoll sein es kann unglaublich wertlos sein luft wertlos extrem wertvoll es kommt und geht das ist jetzt fast schon gutes schlusswort für den bitcoin ganz kurz um das thema abzuschließen wir kommen natürlich gleich noch zu anderen sachen ein bisschen spezifischer natürlich auch andere coins keine angst nicht nur bitcoin was wäre jetzt so dein kursziel sein mal ist immer schwer das so zu formulieren aber bis ende 2022 wo sagst das würde ich schon gerne sehen sonst würde ich vielleicht noch mal drüber nachdenken noch mal ein paar bitcoins zu verkaufen also ich würde wahrscheinlich zurzeit also selbst wenn der preis runter geht würde ich wahrscheinlich nicht also gar nicht zurzeit verkaufen für mich ich bin also selbst über jahre jetzt bin ich generell bullisch also ich sehe jetzt keinen grund jetzt bitcoins zu verkaufen ich bin generell eher jemand wenn ich merke bitcoin over performt alles andere dass ich dann eher rebalance und das also wenn jetzt der preis sozusagen leicht runter geht für mich das einzige wäre jetzt irgendwie wenn es ein fundamentales problem irgendwie wäre sehe ich nicht also von dem her zurzeit keine interesse jetzt bitcoins zu verkaufen vielleicht das größte risiko was du ja immer zwei ich erwähne die immer das erste ist tether also diese der usdt also auch sehr für mich total irrational jeder bitcoin maximalist der sonst immer sagt not your keys not your coins wenn du es nicht hast dann also glaubt drauf vertrauen nicht aber bei tether die behaupten sie haben 69 milliarden dollar weißt du damit da braucht es nichts oder dieses blindes vertrauen also auch immer sehr typisch oder bei für sehr religiöses oder sektenhaftiges verhalten und aber es würde ich und da bin ich einfach vorsichtiger aber das ist ja durchaus wahrscheinlich dass die blase irgendwie platz also durchaus möglich also okay lasst uns mal über und wie gesagt jetzt kommt vielleicht so ein bisschen also ich sagen wir so wenig also wechseln wir linke gehirnhälfte also rational zu ein bisschen aluhut oder so ein bisschen und das habe ich also ehrlich wollte ich eigentlich mal im video machen ich habe das noch nie draußen erzählt also schauen wir mal ja jetzt wird es spannend also es gibt ein bisschen die die these in den größeren wahlkreisen also diese diese these hörst du sonst recht wenig aber in den größeren wahlkreisen dass 2019 tether also die idee dahinter ist tether hat nur einen teil von den von den dollar beständen sie haben ein bisschen aber nicht alles also das ist so die these und die brauchen immer höhere bitcoin preise jedes jahr leicht und leicht höher weil ansonsten praktisch deren ganzes schema einfach nicht funktioniert sie brauchen nur leichte und 2019 wäre es eben genau dann in die gegenseite rein also ab 2018 schon angefangen ende und ist 2019 immer schlimmer geworden und die mussten tatsächlich die hatten wirklich an wie gesagt das ist jetzt nicht ich kann es nicht verifizieren ich habe gute aussagen dazu aber nicht irgendwie dass ich sagt beweise sondern es ist ein bisschen wie gesagt bisschen aluhut und die brauchten den bitcoin anstieg q1 gekommen ist ja dann tatsächlich am 2. april und komplett irrational also es gibt wenn wir heute am 31 märz 2019 da sitzen würden und sagen würden was soll jetzt den anstieg bringen sitzen wir so da wie heute zwei sachen bitcoin etf oder eine bessere wirtschaft und genau das gleiche hängt da was soll jetzt bitcoin denn anstieg und bäm 2. april 10 prozent anstieg kann man sich anschauen aus dem nichts wirklich aus dem nichts und dann gibt es natürlich die leute die her gehen und das genau recherchieren und kommen plötzlich drauf der anstieg ist von bitfinex ausgegangen und das ist ja typisch immer tether und bitfinex hängt stark zusammen und viele leute haben gesagt das war so wirklich weil es tether sonst tatsächlichen probleme gekommen wäre kann ich es beweisen nein kenne ich leute die denen ich wirklich vertraue die das sagen ja kenne ich aber das ist so ein bisschen der punkt so und jetzt geht es weiter wenn man jetzt hergeht und sagt 2022 sobald wir länger bitcoin preise unter dem jahrespreis von davor sehen das wäre wahrscheinlich so ab ende februar märz wird es wichtig weil da ist ja der krasse anstieg gewesen dann kommt tether unter druck vor allem weil in diesem quartal letztes jahr extrem viel geld gibt also extrem viel tether gedruckt wurde und man weiß ja nicht wie viel davon gedeckt ist und da ist sozusagen die annahme und deshalb ein bisschen risikonutzen ich hatte da mit einem wirklich berühmten deutschen investor den wirklich jeder kennen würde will ich jetzt aber hier nicht erwähnen genau diese diskussion wie kann man sich vor sowas schützen wie könnte man von sowas profitieren was wäre die these da dazu hatten wir einige diskussionen auf whatsapp und hin und her geschrieben und ich würde mir das halt einfach als investor auch ein bisschen anschauen das könnte so dieser ja so dieses komplett überraschungs ereignis sein sowohl nach unten als auch nach oben wobei ich halt eher glaubt tether hat unglaublich wahrscheinlich viel kapital dass die hier einfach dann hergehen und das ding wieder rausreißen wenn sie es wirklich müssen also das ist wahrscheinlich so ein bisschen aluhut will ich ganz klar zusagen ist aber ja und das brauchen sie also kann man sich einfach noch ein bisschen durchschauen für mich ja das war das erste und das zweite ist satoshi der habt sieben bis acht prozent aller coins für mich absolut unwahrscheinlich dass der jetzt irgendwie von den toten aufersteht oder irgendwie jetzt plötzlich sagt jetzt verkaufe ich meine bitcoins jetzt oder zwölf jahre oder 13 jahre nicht du sagst ja mal es könnte auch ein böser sein ja genau das ist auch meine aussage also ich glaube also jeder der sagt satoshi ist gut hat genauso wenig ahnung als wie jemand der sagt satoshi ist böse für mich einer der größten risikofaktoren eigentlich bitcoin ja und muss man einpreisen aber ist für mich sehr schwer und ich sehe jetzt auch nicht den grund warum jetzt irgendwie also wenn es jetzt wirklich ein individuum wäre warum verkauft er jetzt oder die warum nicht letztes jahr warum nicht im april keine ernährung also das ist wahrscheinlich die zwei wichtigen faktoren ansonsten wenn wir das mal wegnehmen wenn jetzt weder der etf kommt noch jetzt irgendwie die krasse wirtschaftskatastrophe glaube ich dass bitcoin schlechter performt als 20 21 also sagen wir mal keine ahnung 50 60 prozent plus also wenn wir jetzt von dem preis jetzt rechnen dann glaube ich dass wir die 100.000 erreichen können aber dass sie sich wahrscheinlich dort vielleicht ein bisschen einpendeln vielleicht ein bisschen drüber gehen ein bisschen runter gehen also ich würde wahrscheinlich mit jahresende ja wahrscheinlich mit preisen leicht unter den 100.000 rechnen aber ich glaube dass wir die 100.000 dieses jahr knacken das glaube ich also davon und ich würde auch ein bisschen ich glaube das ist so eine erwartungshaltung drin wenn wir die nicht knacken glaube ich dass schon einige leute richtig enttäuscht sein werden also ich würde fast sagen das ist ein wichtiger dieses jahr ist eine wichtige preismarke letztes jahr war es was geil also wäre es cool gewesen ich glaube dieses jahr für bitcoin wichtige preismarke ethereum da haben viele jetzt gesagt ja habe ich jetzt auch schon gefühlt vielleicht zu oft gelesen dass es schon wirklich ein alter hut ist auch im letzten jahr schon ethereum wird bitcoin überholen ja oder nein wie sind deine aufteilung bitcoin ist ja was hast du mehr also nicht jetzt ich habe mehr bitcoin aber ja ich glaube das ist also auch letztes jahr ein bisschen aufgestockt was schon interessant ist also kommen gleich noch zu nft und co ist ja auch ja also nicht so schlecht okay was ist das wichtigste ereignis also wenn wir uns einfach mal analytisch an das rangehen also generell q1 q2 normalerweise eher gut für ethereum im vergleich zu bitcoin kann man sich also ich bin da so sehr mathematisch also wenn man die letzten vier jahre schaut eigentlich jedes q1 jedes q2 hat ethereum bitcoin eher outperformt bitcoin war dann eher immer so jahresend rally deutlich stärker war letztes jahr weg und das hat man ja gesehen also ethereum hat super stark performt das ganze jahr hat bitcoin brutal wirklich brutal ist outperformt unglaublich in dem zusammenhang für mich dieses jahr der wichtigste effekt für ethereum wird einerseits sein was macht bitcoin generell ich auch wenn bitcoin zurzeit ziemlich niedrig in der marktdominanz ist unter 40 prozent ist bitcoin immer noch die mutter wenn bitcoin runter geht egal was der rest macht der kräfte markt wird es deutlich schwieriger haben wenn bitcoin zeitwärts rauf geht immer einfacher also das wird für ethereum wichtig sein und dann das absolut wichtige dieses jahr wird einfach sein wie schnell kann ethereum die skalierbarkeit die fees dieses ganze thema reinbringen und da kommt halt dieses stichwort ethereum 2.0 merger her umso früher das kommt umso back fehlerfreier das passiert umso schneller das kommt umso effizienter das kommt umso eher wird ethereum langfristig gegen die ganzen konkurrenten binance martin cardano bolkadot solana und und so weiter eher nach vorne kommen und das wird schon wichtiges thema sein trotzdem würde ich einfach als ethereum investor mir das genau durch überlegen ist es auf dem preis ein bullischer event oder nicht weil es sind extrem viele eta in dem ethereum 2.0 staking contract drinnen und die werden mit dem merge nicht direkt beim merge aber danach werden die unlockt vitalik hat jetzt ich glaube gerade vorgestern in einem interview besprochen dass das irgendwie sechs monate danach passieren soll also da gibt es ein bisschen eine zeit differenz aber ganz ehrlich da sind glaube ich fast 33 milliarden dollar zurzeit drinnen also es würde sich jeder sofort seine äther verkaufen wollen aber die leute haben die äther jetzt über ich glaube zwei zweieinhalb jahre drinnen gehabt das ist schon eine zeit also also da haben die leute 10 15 x seitdem gemacht da werden sich ein paar leute verkaufen wollen und das wird für mich eine andere performance gegen bitcoin bringen also wenn ich das ist jetzt ein vergleich ich glaube ethereum hat hängt vom bitcoin ab es hängt von der geschwindigkeit ab von dem von dem merger der merger wird wahrscheinlich einen kurzfristigen preistipp haben meiner ansicht nach eine geile kaufgelegenheit würde ich auch mir genau also wenn du nicht in ethereum drinnen bist kannst du wahrscheinlich super jetzt kaufen ich würde wahrscheinlich den merger timen das würde ich wahrscheinlich wirklich timen einfach nur aus sicherheitsgründen weil ich glaube der merger hat wenig upside und viel downside dann würde ich den wieder timen zum einsteigen also ist auch ein bisschen meine strategie bei Ethereum und ich bin mega bullish auf Ethereum und dann ist sicher wichtig wie stehen NFTs da wie steht der DeFi Sektor da wie geht es um das ganze Thema Metaverse wie steht es um das ganze Thema Web3 wie steht es um das ganze Thema DAOs wichtiges thema für 2022 und das wird einfach dann wahrscheinlich langfristig entscheiden kann ethereum dieses jahr bitcoin sogar ablösen von der nummer eins und ich denke schon dass eine möglichkeit sogar da ist also ich würde diese möglichkeit über 50 prozent setzen hast du jetzt ethereum mehr als bitcoin oder oder immer noch schon na zurzeit habe ich mehr etha einfach aus dem grund weil etha so krass performt hat plus weil ich eigentlich nur bitcoin verkauft habe bitcoin ist bei mir nummer drei und ja und der grund warum es einfach ist ist weil ich glaube also kann ich auch erklären ich bin zwar bullisch auf bitcoin für mich hat es ist bitcoin einfach so abhängig von diesem bitcoin spot etf und selbst wenn er kommt glaube ich dass die anderen coins deshalb nicht jetzt irgendwie komplett verlieren werden sind die gehen halt vielleicht weniger mit das bitcoin kann ich damit leben aber wenn dieser spot etf nicht kommt und davon gehe ich aus dann glaube ich einfach dass die anderen coins genau gleich wie 20 21 gegen bitcoin eher eine over performance hinlegen werden fiese frage wenn du dich jetzt entscheiden müsstest du dürftest du eins nehmen bitcoin oder ethereum nur eins ja das ist fies okay auf welchen muss ich noch wissen wie viel prozent von meinem vermögen und auf welchen teil horizon gut das ist jetzt das wäre wichtig ja das fiese frage an mich ja wir können auch die unterschiedlichen szenarien durchgehen ja kann man jetzt einfach sagen such dir zwei aus also vielleicht dass du es besser erklären aber okay also umso mehr von meinem gesamtvermögen umso eher würde ich in bitcoin reingehen umso weniger von meinen gesamtvermögen würde ich wahrscheinlich eher in ethereum reingehen grund ist einfach weil es immer noch mehr downside potenzial hat als bitcoin ist muss man einfach ganz klar sagen bitcoin ist für mich unglaublich etabliert also kennt wirklich ich glaube jeder der irgendwie mit investieren zu tun hat kennt bitcoin also umso mehr von meinem vermögen umso eher in bitcoin umso weniger von meinem vermögen würde ich eher ethereum verwenden also als one off irgendwie nehmen auch vom time horizon umso länger du mich fragst also wenn du mir sagst auf zehn jahre zum beispiel umso eher würde ich wieder bitcoin nehmen als ethereum umso kürzer du jetzt irgendwie sagst du sagst zum beispiel sechs monate würde ich wahrscheinlich eher ethereum nehmen also so wäre so ein bisschen und das ist einfach nur eine risikoabschätzung oder also genau sehr gut ist ja auch ein fairer aber sonst ist ein bisschen zu plakativ vielleicht aber trotzdem da sieht man schon wie schwer das ganze ist ja ich glaube ich finde auch wichtig oder dass man also ich höre diese frage so oft wenn du keine ahnung 1000 euro in jetzt hättest oder so eine offte frage 1000 euro in welchem coin und in welches investment ganz ehrlich das ist ja aber die frage ist 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 nicht vollständig die frage lautet was hast du sonst also weißt du wenn du sagst 1000 euro ist alles was du hast und du bist keine ahnung du hast eigentlich ist dir das total egal weil du bist vielleicht noch bis jünger alter dann geht doch deutlich mehr risiko ein es ist sowieso ziemlich egal weil hoffentlich wirst du über die nächsten jahre diese 1000 euro regelmäßig wieder verdienen und nicht jetzt irgendwie als einmales kapital haben aber wenn du sagst ja die 1000 euro ich bin eigentlich schön diversifiziert ich will die 1000 euro jetzt eigentlich nicht verlieren würde ich wahrscheinlich deutlich vorsichtiger rangehen also ich glaube es braucht immer diese folge frage oder also wie viel von deinem kapital und auf welchen zeithorizont das glaube ich auch wichtig auf jeden fall folgefrage jetzt zu ethereum nft hast du schon angesprochen weil letztes jahr extrem gehypt am fähnischen angst gab die blase ist noch nicht geplatzt also das ist natürlich die frage ja so ein bisschen ablauen also nicht platzt aber genau aber es ist der halb ist ein bisschen weg aber es ist jetzt nicht so es wurde jetzt nicht die mega katastrophe wie siehst du das ganze habe ich meine meinung nicht geändert ich habe das auch ich habe so ein zwei also so ein zweieinhalb stunden reflektions video bei mir am kanal gemacht für 2021 da habe ich zwei reflektionen drinnen hauptsächlich das erste ich glaube dass der der hype sich bei nfts sehr konsolidieren wird in ein paar der großen projekte das glaube ich mal das erste also die was eh jetzt schon stark sind ich glaube die werden die werden eher ein bisschen die diesen netzwerkeffekt nutzen können gleichzeitig und es war auch meine reflektion war das wahrscheinlich mein ich habe wenig investment fehler 2021 gemacht bis eigentlich zu keinem wo ich jetzt wirklich irgendwie sagen würde schlechter fehler also schlechte entscheidung bei nfts ärgert mich ein bisschen an mir selbst wenn ich jetzt reflektiere ich war in vielen projekten drin ich habe die richtigen projekte auch erkannt und habe einfach zu wenig und es ist nicht dass ich jetzt irgendwie angst gehabt habe dass ich jetzt raus muss aber ich habe einfach zu wenig risikoappetit gehabt und habe mir eher gedacht eher ein bisschen vorsichtiger und das hat mir schon ein bisschen an rendite hat hat es gekostet wenn du jetzt ich habe kein einziges nft-projekt bei mir in irgendeiner signifikanten weise mit meinem portfolio wenn du her gehst mir ist es sozusagen die ethereum wette aber du kaufst dann quasi währungen ich oder du kaufst jetzt du kaufst jetzt keine affen oder oder nfts quasi sondern du kaufst sowieso nicht also das ist für mich auch ganz ehrlich das ist für mich wie kunst also das ist wenn du her gehst und sagst du kaufst jetzt ein bild ganz ehrlich das musst du also entweder bist du der influencer der das manipuliert also dass du sozusagen der opinion leader dafür bist und das ist eigentlich sagen wir mal 99 prozent des preistreibens für uns beide da können wir mal vollkommen aber preise verschieben können wir gar machen aber würde ich 100 prozent von den einnahmen spenden hätte ich kein problem damit aber würde ich 100 prozent spenden aber der punkt war um das weiter zu machen ist also entweder bist du das oder für mich bist du einfach ein kompletter spekulant für mich dass du dich wirklich so wie mit einem bild oder mit einer staat oder was in die wirklich jetzt verliebst ich weiß nicht 100 prozent ob es ob jetzt wirklich das einer wenn du jetzt wirklich einen lügendetektor anschließt der jetzt irgendwie eine halbe million für einen bolt bezahlt hat ob der jetzt wirklich sagt weißt du wenn ich das bild anschaue dann dann kommt lächeln bei mir her und dann weiß ich dann sehe ich irgendwie den sonnenaufgang oder weißt du ich glaube diese emotionen die halt irgendwie eine wirkliches gemälde oder eine schöne staat oder so bringen weiß nicht ob jetzt jemand mit dem bolt ipad ich finde es auch ich finde es super spannend ich kann es auch verstehen es gibt ja viele leute sagen alles ist ja ein schmarrn weil das ist jetzt quasi nicht echt also ich kann das schon verstehen das ist eben digitale kunst ja aber ich finde es auch natürlich super schwierig also für mich ist also was ich schon merke ist einfach viel status sondern das ist auch legitim ich kenne viele leute auch viele crypto influenza die hergehen und sagen ich habe eine halbe million aussieht geben jetzt mein twitter profil foto warum ich habe eier ich kann es dir zeigen und das und ich verstehe das schon und ist es jetzt ist es jetzt legitim ja natürlich jeder der das und jetzt nicht legitim macht also was gibt ihr das recht zu urteilen was legitim ist und was nicht ich habe das beispiel auch oft gegeben ich kenne bei uns in singapur ich kenne den besitzer sogar als besitzer der hat echt der hat eine super prominente ein super prominentes haus und hat sechs ferraris dort stehen und dann sage ich zu mir und jedes mal wenn wir uns irgendwie treffen dann sage ich zu ihm warum hast du die ferraris dort sagt er sie nicht mal angemeldet ich kann die nicht fahren die habe ich nur dort um jedem zu zeigen ich habe eier und deswegen ist es jetzt nicht legitim der eine sagt ist dekadent das ist ja okay aber das ist ja deine persönliche meinung ist ja sein geld kann er machen was er will ganz genau das ist genau das gleiche für mich hier mit diesen digitalen nfts also wenn ich jetzt rede von investieren würde ich wirklich mir überlegen dass ich in die projekte investieren zum beispiel hast du da was oder vielleicht deine meinung zu den ganz großen die central land solana und was da alles ja okay solana ist jetzt wieder wie wie ethereum für mich genau das ist genau also für mich jetzt die central land ist schon sehr spezifisch das war eines der projekte dass ich gerade 2021 viel hatte hast du noch oder nein habe ich nicht mehr also nichts mehr glaube ich jetzt übertrieben aber in insignifikanten ja wirklich also mir echt total egal ob das wertlos wird oder selbst wenn es glaube ich 100x macht ist es irrelevant also ja ganz ehrlich es ist der leader es ist auch wenn wir dann über thema metaverse ein bisschen reden ist ganz ehrlich es ist also wird man viel falsch machen nein der grund warum investiere ich jetzt sind das nicht ganz ehrlich ich denke ich bin halt immer so dass ich dann hergehen sagt ich verstehe den space nicht ich bin nicht der nft mensch ich bin sehr wie gesagt ich bin sehr links lastig im gehirn sehr logisch sehr rational ich bin also der fungible coin investor ich tue mir das deutlich leichter kunst sammeln ich tue mir da also ich kann es auch in der physischen welt also ich würde mir ehrlich also meine frau hat mir zu meinem geburtstag hat mir ein wirklich schönes bild geschenkt und ich schätze es auch total aber wenn ich dann einfach höre wie viel sie dafür bezahlt hat denke ich mir wird das schlecht ja genau also sehe ich nicht als rationale als rationale also ich sehe das kosten nicht jetzt irgendwie dass ich mir denke ja das könnte ja mal irgendwie deutlich mehr wert würde ich nie so denken und so sehe ich das auch bei nfts aber das heißt nicht dass ich jetzt schlecht über nfts denke es einfach nur meine persönlichkeit und wo ich mich wohl fühle und wo nicht metaverse hast du gerade schon angesprochen super interessantes thema hast du schon so eine virtual reality brille ich habe mir jetzt mal vorgenommen ich habe sie noch nicht aber ich will mir jetzt mal eine holen ich kann jetzt gar nicht sagen dass ich fan davon bin oder dass ich jetzt ich habe eigentlich keine meinung dazu ich finde es nicht besonders gut also ich kann schon die leute verstehen die sagen ja irgendwie geh lieber in die natur raus ist im zweifel auch sinnvoller war es mal r oder so hast du das mal probiert also mit der plank und sowas schon mal ich habe schon mal probiert aber jetzt wirklich nur so ganz kurze so testweise würde mich jetzt auch mal gerne damit beschäftigen einfach nur weil es mich interessiert die frage ist ja wird sehr viele leute interessieren oder ist es eigentlich kompletter hype denn der die ganze geschichte haben wir schon länger das ist jetzt nichts neues ich weiß noch vor jahren mit der augmented reality schon sechs sieben jahre locker her wo es dann hieß ja in zwei drei jahren schauen wir alle nur noch fußball mit der brille und dann hast du da die zu jedem spieler was er sich die statistik haben wir heute auch noch nicht ich muss auch sagen ich bin auch so glücklich damit die frage ist wie schätzt du das ein ist das mega hype oder sagst du schon das wird das wird was also das ist wahrscheinlich so ein punkt wo ich sehe das ist wirklich mega hype und ich tue mir unglaublich schwer weil ich halt dieser ich bin ich bin kein gamer also ich habe dieses gaming klassischer gamer bin ich auch nicht genau also nintendo switch noch und ich merke aber schon dass viele jetzt auch mit diesem gegen fall also dieses typische erhalt das darf ganz viel auch eigentlich so ein bisschen metaverse ein bisschen abhängen ich sehe schon dass das facebook mit also meta dort stark drinnen ist microsoft ich weiß es nicht ich tue mir echt schwer also ich verstehe dass vielleicht es super super früh ist und dass viele projekte auch da ein bisschen rein wollen und sich das anschauen und das wird wahrscheinlich auch alles legitim sein glaube ich jetzt dass jetzt irgendwie in den nächsten zwei jahren der breaking point für metaverse sein wird nein ich glaube das wird eher wirklich was langfristiges und da muss man sich schon auch überlegen ist es jetzt vielleicht nicht wieder so ein ja so ein rauf runter ich bin also gerade bei diesen sachen bin ich bin ich wahrscheinlich auch der falsche investor also tue ich mir echt einfach sehr sehr schwer auch wenn es jetzt im kryptobereich ist ja aber ich habe jetzt auch keine facebook-aktien oder keine microsoft-aktien weil die jetzt irgendwie in dieses thema ein bisschen rein pushen was aber sehr interessant werden könnte aus meiner sicht ich bin auch wirklich nicht so tief drin ich war jetzt nie ein gamer ich habe auch nie world of warcraft oder was ich kenne es natürlich aber nie gespielt aber da haben ja früher leute schon viel geld ausgegeben für irgendwelche für ein besonderes schwert das werden die leute daheim lachen wenn der lochner irgend so ein schmarrn sagt aber für irgendwelche items kann man ja immer schon oder in app käufe die leute geben ja auch schon auf dem smartphone bei irgendwelchen depperten spiel geld aus jetzt ist die frage wenn wir irgendwann mal da hinkommen ich sag mal es gibt dann james bond nft also du bist dann der einzige der von mir aus den james bond aus jetzt aus dem neuen james bond besitzt oder darth vader oder was weiß ich oder oder in julian horst da hat er jeder dann vielleicht irgendwas walt disney fußballer was weiß ich gibt es ja jetzt auch schon die spielkarten also wäre das dann vielleicht nicht so ein riesen ding bei die leute haben ja quasi schon für austauschbare sachen geld bezahlt da hat dann kann sich jeder das schwert kaufen für fünf euro aber dann gibt es vielleicht irgendwann den herr der ringe oder was weiß ich das wäre doch auch der ultimative status oder wenn ich jetzt sage ich bin der einzige der den digitalen darth vader hat 100 prozent ich habe 2018 also echt jetzt fast vier jahre hatte ich also habe ich ein buch geschrieben das heißt blockchain 2.0 mehr als nur bitcoin und da habe ich über viele dieser anwendungen damals gesprochen auch über nfts und ich hatte damals auch genau also wer damals in den veranstaltungen war das waren viele weil die haben den ganzen dachraum gemacht habe ich viel gezeigt wie das also wie sozusagen dieser ownership ausschaut dass es nicht darum geht dass du jetzt irgendwie dass du der einzige jetzt bist der das bild hat oder sondern dass du sozusagen der einzige bist mit den rechten eigentlich dafür oder also so und das stimme ich dir zu einer millionen prozent zu aber da kommen wir wieder auf den punkt entweder bist du sozusagen der influenza der in dem fall keine ahnung jetzt ja auch ferrari die jetzt genau in diese richtung auch ein bisschen gehen wollen also entweder bist du die firma da brauchst du aber reichweite oder du musst halt der sein und das muss dir liegen und das muss auch passen ansonsten musst du halt echt wirklich ein liebhaber dafür sein ja das was man halt irgendwie so zur zeit einfach merkt ist halt das ist viel gambling das ist super viel glücksspiel und das wird bei 91 oder 99 prozent wird es nicht wirklich funktionieren und bei ein paar prozent wird es halt wird es die konsolidierung sein und also und ich sehe es beim märz was genau gleich ich meine gab es doch jetzt diese story auch wo irgendwie für das haus ist genau neben snoop dog im metaverse ist wurde irgendwie eine halbe million bezahlt oder also für so ein pixel ist ein pixel und du bist halt so genau neben snoop dog und da hast du aber auf der anderen seite und das war auch so die aussage ich mache mir ein neues metaverse wo ich sozusagen snoop dog das haus schenke und dann gehört mir der nächste pixel also es ist am ende also der punkt wird wieder sein und das ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich der eigentlich genau das gleiche was halt die bitcoin maximalisten jetzt über metaverse sagen naja da ist ja nicht dran was sie vergessen ist es bei bitcoin genau das gleiche natürlich wird es jetzt heute leute geben die halt in zehn verschiedene projekte investieren eines davon wird voll durchgehen neun werden irgendwie ein bisschen verschwinden und das eine gleicht als aus vielleicht das wäre wahrscheinlich das wäre wahrscheinlich die einzige rationale strategie die man hier irgendwie fahren kann weil es einfach so früh für mich ist da muss man sich wahrscheinlich aussuchen 20 projekte streut ziemlich rein geht davon aus der großteil verschwindet ein paar die überleben und ein zwei die schreiben und gehen voll durch die decke was mir eigentlich gerade kam während du gerade gesprochen hast manchmal kommen mir mehr so die ideen in den kopf mir kam gerade quasi iphone digital also sozusagen das erste iphone und was mir auch gerade in den sinn kam die leute sagen ja immer digital ja das gibt es ja nicht wirklich aber das lustige ist ja wenn ich jetzt quasi so ein original iphone von damals habe das ist ja auch nur was wert wenn es quasi original verpackt also eigentlich gibt es das ja auch nicht weil sobald ich es ja hier auspackt ist es ja quasi auch nichts mehr stimmt also oder was heißt nichts mehr wert aber es ist ja deutlich weniger wie bei diesen spielkarten die müssen ja dann auch verschweißt sein und ich weiß ich kann ja die spielkarte auch nicht benutzen weil sonst ist ja auch der wert dann also nur mal so blöde was mir gerade so ja ich meine es geht auf drei faktoren runter es geht um nutzen rarität anzeller leute und der nutzen hier wird wahrscheinlich mehr status sein als wir jetzt irgendwie bildemotionen erinnerungen oder sowas und das wird halt hier mehr status sein und und ja klar umso mehr leute und da muss man natürlich auch eines wieder sagen klar die alten sterben aus die jungen kommen nach ganz normal und die jüngere generation ist deutlich digital affiner als die ältere generation das muss man ein bisschen einpreisen du hast vorher gesagt bitcoin ist die nummer drei ethereum dann wahrscheinlich die nummer zwei und die nummer eins ist ist bei mir die fai chain genau also ist ein projekt das ich vor zwei jahren gestartet habe mittlerweile ist das projekt ziemlich groß hat eine ziemlich große community dahinter die idee dahinter war immer die fai auf bitcoin zu bringen und 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 hier eine erweiterung zu schaffen der grund es war eigentlich lang so ein bisschen platz zwei platz drei wie können wir platz eins der grund ist einfach unglaublich gut beformt über das letzte jahr und ist einfach dadurch stark gewachsen muss ich natürlich auch immer den diskrämen dazu sagen klar hänge ich natürlich emotional sehr dran prinzipiell sonst als investor ich habe keinen vorteil jetzt irgendwie jemand anderem gegenüber aber ist für mich von dem einfach spannend es ist eines der wenigen projekte die die fai für bitcoin bauen die praktisch die gleichen grundkonzepte verfolgen ist natürlich steht im starken kontrast zu ethereum hat einerseits konkurrenz mit ethereum mit solana mit den ganzen projekten andererseits aber auch eben da durch diese bitcoin affinität ganz andere chancen ich glaube das wichtige für dieses jahr wird sein es ist immer noch ein projekt das ist so wenn man es in marktkapitalisierung sich anschaut ist zum platz 100 ist für mich zur zeit das auch vielleicht generell interessant wahrscheinlich ist es wichtig dieses projekt muss keine ahnung top 50 top 40 top 30 dieses jahr werden ich glaube da wird es auch ein bisschen eine konsolidierung geben und das denke ich würde einfach wichtig sein vom momentum her wird vor allem natürlich passieren durch ein bisschen eine self-fulfilling prophecy das projekt performt gut mehr leute sehen das mehr leute wollen rein ich glaube dass das spannend ist und es dieses projekt hat zurzeit einen ziemlich einzigartigen use case nämlich das konzept von dezentralen aktien auf dieser blockchain werden zum beispiel wird d tesla dargestellt d apple wird dargestellt d gold wird dargestellt also alle praktisch vermögenswerte in der wirklichen welt können auf dieser blockchain dargestellt werden dezentral das interessante hier zum investieren ist dass du natürlich reibungsfrei zwischen all den vermögenswerten hin und her wechseln kannst du kannst zwischen anleihen und cash und und aktien und gold kannst du halt hin und her wechseln das ist natürlich super super spannend andererseits muss man natürlich dagegen sagen es gibt keine dividenden das konzept gibt es nicht und es du hast keinen wirklichen vermögenswert der dahinter steht sondern du hast einen algorithmus der das sozusagen deckt einerseits durch krypto durch incentives und das ist natürlich ein ganz anderes modell und ich glaube aber dass dieses dass diese wir nennen sie d tokens also dass diese d token extrem populär werden weil die leute halt einfach aus krypto schneller in diese vermögenswerte reingehen das würde und eben und umso mehr leute das ein bisschen sehen da wird es jetzt also da bauen die community an optionen an futures also es ist ein also wirklich so ein dezentrales finanzökosystem im vergleich halt zu wall street und das ist zurzeit mein hauptprojekt einfach weil das ja seit letztes jahr einfach auch glaube ich 5x gemacht also einfach unglaubliche rendite und nur ethereum hat das bei mir im portfolio outperformed ethereum war wirklich der unglaubliche performer sehr cool jetzt fragen sich die leute was muss ich denn da jetzt genau kaufen also wenn ich da auch irgendwie rein will gibt es da jetzt einen gibt es da auch sehr viel verschiedener also vielleicht ganz kurz also der coin heißt dfi für defi chain also dfi gesagt ist zurzeit ungefähr um platz 100 plus minus ich glaube knapp zwei milliarden marktkapitalisierung genau also wenn man vielleicht also ich glaube die wichtigsten sachen für 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 dieses jahr sind einfach wird die reichweite von der bekanntheit also da gibt es auch community projekte die da wirklich spezifisch darauf abzielen gibt zum community fund wo die geld davon bekommen von der schüttet die blockchain geld für diese projekte aus die dann marketing für das ganze sogar machen die ja wirklich hergehen und das bekannter machen wollen ich glaube dass das wichtig ist die bekanntheit und eben dass diese roadmap gut umgesetzt wird von den von den core developern das ist glaube ich ein wichtiger punkt für mich zurzeit also von wie gesagt um vielleicht die drei coins die bei mir das wirklich sehr groß auf dem crypto portfolio sind bitcoin zurzeit weder kaufen noch verkaufen für mich wenn ich jetzt weniger bitcoins hätte würde ich wahrscheinlich kaufen finde ich einen guten zeitpunkt aber für mich ich habe eine gute position bin auch wie gesagt aus dem grund wenn du mich sagst hohe prozentsatz von deinem vermögen langfristige time horizon bin ich für bitcoins super bullisch bleibe ich auch drinnen sehe ich keinen grund dazu raus zu gehen ist für mich wird sich ein bisschen eine timing position dieses jahr also das wird sicher wichtig aus der vorher schon ja genau man dann vielleicht mal nachkaufen könnte genau und für mich die verdiene auch zurzeit für mich eine schöne positionsgröße bin ich zurzeit super bullisch glaube ich auch dass es gut umgesetzt wird in risiko muss man ganz klar sagen bitcoin ist geringste risiko es wird das zweit geringste im portfolio und die verdiene das geringste genau gegenteilig will ich natürlich auch die die renditen haben also ich will ich erwarte von bitcoin die geringste rendite von es sind die zweit geringste und und von die verdienen erwarte ich die höchste wenn es nicht passiert stimmt die allokation eigentlich nicht ist auch ganz kurz abschließend vielleicht noch ganz kurz ein paar andere coins welchen hältst du denn vielleicht ist es auch die fall schon vielleicht hast du schon vorweggenommen für am meisten unterschätzt ich habe zum beispiel neulich hedera hashgraph habe ich zum beispiel irgendwo gehört wenn man den nicht kennt dann ist man total lost gibt es bei dir nur weil zum beispiel gibt es bei dir ein wo du sagst den muss man kennen oder den haben vielleicht viele noch nicht auf dem zettel und der wird einige überraschen eine kryptowelt natürlich also ich finde kryptowelt kennen wahrscheinlich die meisten leute solana ich glaube außerhalb der kryptowelt würde ich mir solana aus dem grund anschauen der konkur der coin auch wenn das natürlich jetzt alle anderen coins komplett anders sehen der coin konkurriert aus dem grund nicht mit bitcoin oder mit ethereum und das würde ich mir immer überlegen konkurrierst du mit diesen zwei großen sprachen wenn du jetzt mit 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 der bitcoins sprache mit ethereum konkurrierst ich weiß nicht ob ich einen coin also ich würde zum beispiel ich bin insofern ein bitcoin maximalist dass ich glaube alles was mit digitalem gold konkurriert verliert und es hat immer wieder verloren da bin ich ein bitcoin maximalist aber ich sehe null vergleich zwischen ethereum und bitcoin die zwei konkurrieren für mich nicht ich sehe zum beispiel noch nicht dass ethereum ganz klar gewonnen hat gegen alle anderen da ist für mich immer noch ein bisschen ein ein da ist konkurrenz drin cardano auch ja cardano kann ja absolut mitschalten auch wenn ich zum beispiel ich es gab jetzt gerade von ich glaube ich weiß nicht wer die arcane vielleicht ich weiß nicht genau welche welche research plattform es rausgebracht hat die im zwei ziemlich krasse aussagen getroffen die natürlich extrem viel widerstand gebracht haben weil es starke community sind die sind hergaben gesagt cardano und xrp wird aus dem top 10 rausfallen okay xrp habe ich eigentlich vorher gesagt dass das 2021 schon rausfallen wird ist noch auf platz 8 ja genau ist noch auf platz 8 und auch zum beispiel und krass hat trotzdem bitcoin outperformt also krass muss man sich echt immer überlegen da gibt es ja auch viele fans total das ist ja auch faszinierend die gewinnen auch irgendwie xrp ist vielleicht auch also xrp ist ein spannender fall weil wenn ripple den lawsuit gewinnt da gibt es ja diesen wirklich diesen lawsuit das kann extrem explosionsartig für xrp sein muss man ganz klar und und dieses ganze thema chad mccaleb der einer der gründer war der extrem viele xrp verkäufe gehabt hat das hat ziemlich aufgehört also ein großer insider verkaufsdruck ist weg und eigentlich also fairerweise muss man jetzt eigentlich hergehen und sagen wahrscheinlich wäre zum beispiel ein xrp ein ein absolut interessanter kauf von von einem risiko nutzen oder für mich ist das jetzt für mich wäre das jetzt kein investment das das ist ein recht komplexes aber sicher spannend also und das will ich auch ganz klar zusagen ich weiß schon die leute schreiben dann immer xrp das ist ja nicht dezentral so what also ist total irrelevant das hat nichts damit zu tun oder ich verliere mich ja nicht mit dezentralisierung ich investiere weil ich meine kaufkraft erhöhen will das alles was mich interessiert mich in dezentralisierung das ist eine investment these und ist für mich wichtig aber ist ja nicht die investment these hier für mich ein coin solana hat und ich habe eine ganz kleine position also wenn jetzt solana wirklich stark herauf geht hat es einen impact wenn es stark runter geht hat es wenig impact aber ich finde solana deshalb interessant weil es so ein institutionelles backing hat da sind einfach ganz viele vizies drin da sind ganz 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 viele große insider drin jeder bitcoin-fan wird das hassen und jeder ethereum-fan wird darauf hinweisen dass jetzt solana am 4. jahr nur wieder stillgestanden ist für sechs stunden und dass sich das ding aus also aufgrund von didios also denial distributed denial of service attacks stillgestanden ist ich verstehe das aber das ist nicht meine investment these meine investment these ist ja nicht dass jetzt solana irgendwie dezentraler ist als a theorem nein es ist zentraler und es wird da probleme haben aber am ende es zählen auch viele die netzwerke und es zählt auch total viel wer kennt wen und da sind einfach bei solana extrem viele große bekannte gut vernetzte wahl drin also das wäre sicher so ein punkt von draußen ansonsten am keine ahnung ich glaube dass es gibt nicht den den insider der jetzt irgendwie keine ahnung über den zu mir keiner redet ich glaube das ist teilweise ziemliches glücksspiel ich würde vielleicht auch einen punkt ich finde zum beispiel doge darf man auch nicht unterschätzen ich weiß dass die leute die menschen abschreiben und wird sicher zum großen auch sein ich würde schon überlegen wenn du hier eine der eigentlich eine mini 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 position muss ich sagen auch einfach zum spaß aber ich habe auch eine mini position will ich auch sagen also muss ich will ich da transparent sagen ich meine ich weiß nicht ob das null wert ist dass ein elon musk der wirklich wahrscheinlich einer der bekanntesten unternehmer überhaupt ist auf twitter unglaublich riesengroßer jeder depperte tweet hat der gefühlt 250.000 likes ist das wahnsinn ist das was also brauchen wir nur mal hochrechnen was würde das kosten wenn eine firma oder ein coin zu Elon Musk geht und sagt hey könntest du mal bitte mit so viel enthousiasmus und mit deinem ganzen herz so über uns schreiben was würde es kosten das wäre unbezahlbar oder überleg also so muss man denken und ich meine also ich glaube nicht mal dass er ein Elon Musk das für eine milliarde machen würde versteht also glaube ich auch nicht und jetzt und das darf man und ich jeder der jetzt hergeht und sagt doge wertlos wirklich wirklich also ich will es nur verstehen auf welcher basis also wir können jetzt darüber reden ist es die 30 milliarden wert wo es zurzeit steht keine ahnung weiß ich nicht aber wertlos null wirklich wenn einer der einflussreichsten menschen weltweit mit einem der größten twitter accounts über den coin auf saturday night live und was nicht was redet bitte doge war die nummer zwei letzten jahr in ganz amerika an bekanntheit nicht ethereum bitcoin nummer eins doge nummer zwei wertlos das würde ich einfach vorsichtig ein bisschen sehen und das differenziert auch ein bisschen den den wert in allem und ich gesagt ich habe eine absolute mini position habe nicht kein interesse jetzt irgendwie die position zu erhöhen ist wirklich die ist die ist die elon musk fanboy position wahrscheinlich dass ihr halt sagt so elon kommt kommt mir das ding hoch also das wahrscheinlich viel mehr als als andere aber ich will also ich finde es einfach nur das gehört zu erwähnen weil ich sehe das auch so also ich sehe zuhause vorsichtig sein das ist wirklich wenig aber ja also dass man das mal sagt aber nicht dass die leute jetzt tausend meinen oh gott ich würde auf keinen fall jetzt sind wir haben das dann kaufe ich auch gleich mal 10.000 euro auf also wie gesagt ich will es nur noch erwähnen ich habe das hauptkapital von crypto ist im bitcoin es sind die drei wo ich nicht jetzt irgendwie will dass die dinge abschmieren weil das hat einen impact die haben auch einen impact wenn die nur mal 20 prozent rauf gehen das hat einen impact doge wenn das 10x macht ganz ehrlich das ändert nichts an meinem leben null ist und und wenn dort verschwindet es ändert nichts an meinem leben also will ich nur in der in der perspektive halten 1000x wäre vielleicht ganz gut 1000x hat einen impact das wäre nicht schlecht 1000x hat einen impact was ich überlege cardano solana und decentraland wären vielleicht so drei wo ich mir denke also nicht jetzt so wie bitcoin und ethereum sollen vielleicht so eine kleine position das wäre vielleicht was ich jetzt gerade so auf dem zettel habe ja also ich hole mir natürlich da genug hater ab das passt ich stimme dir bei solana wahrscheinlich zu aufgrund von der these ich stimme dir bei decentraland wahrscheinlich zu einfach aufgrund von dem nfc bereich cardano muss jetzt cardano hängt an einer person hängt an charles hoskinson und hängt an dieser eine person und das große thema ist für mich einfach zurzeit wie viel vorteil hat cardano gegenüber all den anderen projekten und ich weiß schon ich kenne mich nie so gut aus wie jetzt irgendwie die ganzen cardano experten und ich will jetzt nicht sagen es geht immer also für mich immer punkt heißt es nicht dass ich jetzt nicht glaubt dass cardano gut performen kann ich will es immer in risiko nutzen bringen und wir sagen bin ich bereit am kaufkraft casino hier steht es und da steht so der solana tisch und da steht der cardano tisch und da steht die central land tisch da steht der bitcoin tisch wie schauen meine karten aus wie schaut meine roulette wahrscheinlichkeiten gerade aus oder also und und ich weiß nicht genau ob jetzt für mich für mich die cardano karten besser ausschauen als jetzt zum beispiel gerade die ethereum karten jetzt oder die solana karten im vergleich zu cardano und das darum geht es das heißt jetzt nicht dass du dass du mit cardano dieses jahr nicht 3x machen kannst aber und jetzt kommt auch der punkt wenn du auf einem tisch spielst wo du mit voll falsch im einsatz spielst kann natürlich sein dass du glück hast aber irgendwann kommt der punkt wo du gegen die wahrscheinlichkeiten gehst und dann einfach verlierst und für mich und für mich schätze ich das total so ein jemand und da gibt sicher leute die sich deutlich besser mit cardano auskennen als ich die schätzen das ganz anders ein können es besser einschätzen aber das wäre jetzt einfach ich und wie gesagt ich ich finde die analyse dass cardano vielleicht das in top 10 rausjobbt sehe ich als möglich also ich finde die aussage dass xrp und cardano rausjobbt ist jetzt keine schlechte aussage das heißt jetzt nicht dass die dinge nicht in dollar aufgehen die dinger können auch bitcoin outperformen aber es heißt einfach dass vielleicht andere investments spannender investment sein können war ja auch schon sehr gehypt im letzten jahr muss man auch schon sagen da haben schon sehr viele darüber gesprochen die mit kryptos noch gar keinen kontakt hatten aber die kannten dann trotzdem cardano also muss man vielleicht auch sagen also und es hängt sehr gehypt es hängt sehr an charles hoskinson charismatisch unglaublich guter programmierer hängt extrem viel aber das ding ist halt cardano konkurriert mit projekten die auf cardano aufbauen und da ist es halt einfach seicht ich weiß das wollen die leute nie so gern hören es ist einfach seicht und das ist sicher ein wichtiger punkt gibt es so ein coin der völlig gibt es so komplett überschätzt also überschätzt überschätzt der wo du sagst du also bei dem oder sind das schon cardano und xrp ich finde nicht dass das xrp oder cardano also überwälte das sehe ich nicht genau ich kann mir ich glaube ich also in dollar rechnen in dollar in dollar glaube ich dass cardano und xrp gewinne machen dann dieses jahr das ist nicht die frage sondern die frage ist für mich bin also macht es mehr sinn dass ich in einen anderen coin reingeht der vielleicht mehr abseits hat weniger risiko hat also das und und ich kann das vielleicht bei cardano oder xrp nicht so gut einschätzen deshalb aber gibt es schon kommen wo du sagst würde ich wirklich niemals kaufen niemals oder wenn ich ihn hätte sofort verkaufen also niemals finde ich sowieso also vielleicht generelle aussage ich glaube sagen wir ungern ja ungern also ich glaube jedes investment mit dem mit dem richtigen preis ist ein attraktives investment wie gesagt es gibt wenige wo ich moralisch ethisch nicht kauft na ich weiß nicht ob ich das jetzt zurzeit einfach zurzeit weil einfach der markt auch ziemlich runter gegangen ist das muss man jetzt auch dazu sagen vielleicht im april war es anders also da waren natürlich viele waren wirklich viele viele coins und da auch also da bin ich auch aus fast allen altcoins raus eben auch aus den nfg coins weil ich mir gedacht habe die sind komplett falsch gepreist und ich habe da unglaublich ein run up gemacht und hätte eigentlich drinnen bleiben sollen und da bin ich halt aus allen raus weil ich halt das risiko nicht eingegangen bin eingehen wollte also jetzt anfang januar sehe ich das also glaube ich jetzt nicht dass da jetzt würde ich mir jetzt schwer tun dass ich jetzt sagt dass ein coin jetzt oberpreis ist dann sind wir jetzt am ende julian herzlichen dank hat wie immer sehr großen spaß gemacht und ich finde das immer toll also das sind schon andere insides als bei vielen möchtegern krypto experten herzlichen dank ja danke hat spaß gemacht schön vor allem dass wir wieder persönlich hier gequatscht haben ist leider nicht immer möglich der julian kommt ja ab und zu mal vorbei aber das muss man dann schon nutzen also wenn ihr julian wieder sehen wollt live wird natürlich immer möglich sein aber gerne daumen hoch und ich hoffe dass du öfter mal wieder vorbei schaust in singapur bin dann wäre natürlich auch bescheid auch gerne sehr cool danke danke dir danke euch fürs zuschauen und ich hoffe wir kriegen einen daumen nach oben haben jetzt einiges besprochen jolan hat wirklich wieder einiges ausgepackt an sehr spannenden insides und ihr habt glaube ich auch einiges zu kommentieren danke dir danke euch wir sind jetzt raus ciao bis zum nächsten Mal